zum zweiten mal so jetzt die große meld mystery box für 75 dollar habe ich bestellt bei meld selbst in carlo ferronien kam ohne probleme hier an obwohl ich da leicht gezittert habe diese box kostet 75 dollar hat gekostet 75 dollar sie gibt es nicht mehr es gibt eine neue aber die werde ich nicht holen weil nein leute nein diesmal nicht besonders weil ich danach noch nachdem ich wieder gekauft und hier gehabt habe noch mal bei sonnen bei ihren zähl zugeschlagen habe und darauf warte also gut ich bin werde mir das dann auch nur per video auf irgendwelchen amerikanischen dinge angucken wir machen weiter ich habe also auch die große gestellt und für mich war als erst das erste ein bisschen enttäuschend es ist nämlich halt einer der welt pinsel darauf hinweist da es gibt es gerade einen 25 dollar mystery moment 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 25 dollar mystery pinsel set bei denen zu kaufen ich ja nein wenn ich mir welche kaufen würde ich die wahrscheinlich bei rapper kaufen das ist natürlich ein schöner der ist schön gebunden ist schön war ich keine frage aber es ist jetzt nicht so als hätte ich keine pinsel hier kostet wohl 38 dollar harter kurs würde ich nicht dafür ausgeben aber er ist halt dabei als nächstes hätten wir ein cream blush in der farbe golden hour und nein es ist nicht meine farbe und es ist ein cream blush und das sind zwei sachen die halt nicht meint sind wartet mal muss das mal anders machen so es ist ein helles peach würde ich sagen ein helles helles peach das nicht meins ist und auch von mir schon gesagt von der konsistenz her absolut nicht meinem ding entspricht schade aber irgendwie glaube ich bin ich für meld auch nicht so genau der richtige dann haben wir noch von welt ein matt lipstick in der farbe und das meine sie auch sehr ernst mit sammel mal gucken ob der die farbe farbe schafft euch näher zu bringen er sieht ein bisschen kühler aus als er eigentlich ist obwohl es stimmt nicht es ist ein kühles peach das kann ich nicht bezeichnen wunderschönes ding aber leider nicht meine farbe die ganz gerne halt dunkle aber ich bis auf den einen vom letzten mal ich bis jetzt nicht einen dunklen dann haben wir aus der elektrik lektrip le noch ein lippi das übrigens hier aus der der war in der kleinen links und ich bin mal gespannt ja doch er wird also er zieht tatsächlich an natürlich nicht ihr seht ihr ganz kleines bisschen aber er zieht an also man muss ihm wohl ein bisschen zeit geben aber dann zieht er an und auch hier ist es wieder eine farbe die ein normalsterblicher nicht tragen würde aber auch hier bin ich schwer angetan und kann dem nicht widerstehen werde ihn behalten und das mit sehr 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 viel freude lippenstift nur mal zur information lippenstift dann haben wir etwas drin ja da fällt mir eigentlich müsste irgendwas noch rauskram für für jetzt wo noch ein bisschen sommer ist ja auch das ist auch wo ich gedacht habe ja nein nun nicht mein sexy voll nennt sich das afterglow digital liquid highlight illuminate liegt mit in einer riesen monströsen schweren hübschen verpackung in einem bronze turn der mir absolut nicht stehen würde und liquid und highlight und so weiter ist leider auch nicht meins ich kann euch jetzt ja vorbereitung ist alles ich habe jetzt nicht geguckt wie teuer die sache dann hätten wir ja noch in einer mir leider nicht stehenden farbe ein braun pinsel in einer super dünnen variante hätte ich ganz gerne ausprobiert das ist dark brown wirklich super dünn und super seht ihr da ist kein unterschied zu der verpackung also es ist wirklich dunkel 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 für jemand mit dunkel dunkeln schaden das kommt gleich jetzt haben wir noch eins wo ich da wo ich mich gefreut hatte ich dachte oh ja das hört sich doch gut an die verpackung lässt mich dahin hinschmelzen aber leider ist pink jetzt alles nur nicht pink und auch nicht richtig rot es ist ein weiß ich nicht ein müde muss ich leider sagen ein übel ja ich sage übel dann hatten haben wir hier noch das hat noch letztes mal drin in der letzten das ist ein durchsichtiges brauche ich habe keine ahnung ob es gut ist ich hänge immer noch bei diesem scheiß ihr habt es nicht gehört an diesen seltsamen benefit produkt schon seit jahrhunderten und die verpackung ist wertig wunderschön freue ich mich drauf das auszuprobieren kommt in meinem vorrat der unendlich ist und das finde ich als letztes worüber ich mich sehr gefreut habe ist aus der elektrip serie halt die auch die schwer auch die wertig und ich denke dass ich mit diesen farben schon was anstellen kann sehr sehr schön auch da keine frage ihr wisst nein das ist nicht warum solltet ihr es wissen also ob sich die 75 dollar gelohnt hat ja natürlich haben sich die 75 dollar gelohnt und schon alleine vom vom also vom preis her tralala brauchen wir da nicht drüber nachdenken die dinger kosten zwischen ich glaube 52 oder 58 dollar die lippenstifte moment ich mache euch mal auf pause die lippenstifte kosten alle 20 83 euro genau und hier steht immer noch für shipping und orders also falls ihr bei meld bestellen wollt dann was haben wir denn hier noch palettes die elektrip kostet 54 92 euro die lippenstifte die liquid lipsticks kosten die haben sie gar nicht nur im kuchen also liquid lipsticks die liquid lipsticks kosten 17 99 ach ja nur noch mal um es euch zu zeigen auch der ist angetrocknet hier nur ein bisschen also funktioniert irgendwie man muss bloß dann halt ein bisschen wie duckface rumrennen bis es angetrocknet ist denke ich was haben wir denn noch wir gucken einfach mal nach diesem elektrip was man dir also die lip paints kosten sind nicht so teuer wie erwartet die kosten 12 31 und das bodyglitter zeug ist gar nicht mehr aufgeführt dann kann ich euch also nicht sagen wie teuer das ist dann gucke ich mal wegen dem sex foil also dem hier auch das gibt es wohl nur noch als set da kann ich euch also auch keinen preis zu sagen ja und die lippenstifte hatte ich euch gesagt ach ja genau der cream blush light der kostet ich mal 20 22 73 also 23 euro ungefähr jung hat mir die box gefallen ja hat sie trotz trotz alledem sollte ich aufhören mystery packs zu kaufen mit einem ton der nicht zu dem normal sterblichen durchschnitt entspricht nämlich rötlich weiß auch zum beispiel hier ich bin gebräunt heute ich bin gebräunt aber halt ich kann keine brauntöne tragen und so helle sachen kann ich auch nicht tragen weil das sieht steht mir halt nicht ist das eine gute idee ich weiß es nicht aber es hat mir freude gemacht beide pakete auszupacken haben ja hier ne das ist halt die die ist wunderschön schon alleine die hat sich gelohnt ja was hat sich denn hier noch gelohnt das kann ich benutzen dort kann ich benutzen das ist leider auf der nicht nutze seite ja da ist halt die frage benutzen können oder freude haben am mystery paketen tja wahrscheinlich wie auch immer ich wünsche euch noch einen schönen tag und wünsche euch alles gute und ja die sachen muss ich halt gucken ich werde sie wohl bei meinem instagram ding einstellen bei und so weiter ich wünsche euch was tschüss Untertitelung des ZDF, 2020